Jetzt wird es ernst für Jesus. Seine letzten Tage haben angefangen und die Lage spitzt sich zu. Es wird auch einsam um und um, weil einer nach dem anderen von seinen Jüngern verlünden und flüchtet. Der Erste, der verlaten schon während dem ersten Abendmahl, wo er Brot und Saft und Trauben verteilt. Für 30 Silberlinge verkauft diese Freundschaft. Und der Zweite, der will einfach zurück zu seiner Familie, weil er findet, das gibt sonst nur einen Nachteil für uns, wenn wir in Verbindung gebracht werden mit dem Jesus von Nazareth. Der Dritte, der hat einfach Angst, dass er auch verhaftet wird, dass er dem nicht standhalten kann und auch er geht. Der Vierte beginnt an zu zweifeln und denkt, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Vielleicht ist das gar nicht, was wir gemeint haben, der versprochene Retter, der Messias. Ich bin nicht mehr sicher. Der Füfte hat die Nase voll vom Arm sein und hat gefunden, ich gehe zurück in meinen alten Beruf, dort weiss ich, wie es läuft. Und der Sechste, der ist einfach nur mega enttäuscht, weil er hat erwartet, dass er im Reich von Gott einen Ministerposten bekommt. Und so sieht es im Moment überhaupt nicht aus. Der Siebete begreift auf einmal, dass das nicht gestimmt haben kann mit dem Jesus. Weil wenn es gestimmt hätte, dann wäre es eine Erfolgsstory und nicht ein Desaster, wie es gerade jetzt ist. Und darum geht auch er. Der Acht hat gelernt, dass man muss folgen, der Obrigkeit, die Gesetze befolgen, einfach nicht aufmuchsen, sondern das machen, was er gesagt wird. Er ist schon weg. Der 9. sagt sich, es war doch alles gut. Doch, doch, einer von uns muss überleben und nachher erzählen, wie es wirklich war. Ich bringe mich einfach jetzt kurz in Sicherheit und ich tauche nachher wieder auf, wenn sich die Situation beruhigt hat. Der 10. ist einfach nur müde und er hat Heiweh. Er will in sein Bett, zu seinem Küssi, das, was er kennt. Der 11. kann leider kein Blut sehen und ihm wird schon schlecht, wenn er nur eine Kreuzigung denkt, wo wahrscheinlich wir kommen, wo alle davor reden. Darum geht auch er. Und der 12. Der will mit einem Sicherheitsabstand an Jesus nachgehen und schauen, was passiert. Aber bevor der Guckel zweimal kräht, hat auch er Jesus schon dreimal verraten. Eines Licht ist vorig geblieben. Das Licht von dem, was bei diesem Abendmahl gesagt hat. Nehmt und esset von diesem Brot. Das ist mein Lieb, das heingeben wird für euch. Nehmt und trinkt alle von diesem Saft, von den Trauben. Das ist mein Blut vom neuen Bund, das für viele vergossen wird. Das bietet Jesus uns immer wieder an. Auch heute, an diesem grünen Dunstig. Auch dann, nein, gerade dann, wenn es auch uns mal abgelöscht hat. wenn es auch noch etwas ist. Vielen Dank.